Irgendwie ergibt es keinen Sinn. Die Grafik sieht auf jeden Fall irgendwie anders aus als davor. Wir sind ja jetzt auch wieder die Neuen quasi. Naja, was soll's. Guck mal. Auf in den Kampf. Ah, schon besser. Ja, okay. Ja, hab ich zu mir hochgelaufen. Nehmen Katana. Oh, Machete. Er hat gesagt mal Katana. Ja, aber da liegt auch eine Machete. Achso, das ist was anderes. Sorry. Ja, eine Machete und Katana sind zwei verschiedene Sachen. Ja, deswegen wollte ich dich ja korrigieren. Hab ich ja heute falsch geklug, Scheiß, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen sehr, ja. Oh, jetzt ist immer noch alles im Stream. Ach, genau. Ich hab ein Feuer fast dabei, ich rette dich, Marvin. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Die Brücke brennt. So, was war das jetzt mit dem Streamen gerade? Jetzt hab ich alles eingestellt, dass man auch alles im Stream hört. Achso. Kein Spielsound im Stream und keine Musiksound im Stream. Oh, man. Das geht nicht, ihr wirst mich verarschen. Ein Klo. Hier ist Muni. Ah, ich häng an der Zunge im Haus. Verdammt. Und Schleim ist hier auch. Das wird mein Ende sein. Hm. Marvin hat das schon aber echt Glück gerade. Bing. Genau in dem Moment, als du das eine Feuerfass aufgehoben hast, hab ich nämlich drauf geschossen. Geht's denn hier weiter? Oh, ich dachte gerade, das funktioniert. Nee, nee, das hat nicht funktioniert. Ihr müsst durch das Haus durch und dann ins Obergeschoss und dann aus dem Fenster raus. Aua. Baby, don't hurt you, hurt you, hurt you, hurt you, no more. Oh, action. Oh nein, oh nein. Ja, ich bin hier gerade am- Ja, lass dich sterben, ist jetzt eh egal. Ja, ich bin mal im Schutzraum. Du mich auch. Oh nein, oh nein, Marvin, nein. Hauptsache, Kevin ist im Schutzraum. Ja, beide sind im Schutzraum und wir liegen jetzt hier, bis wir sterben, oder? Sowieso aussieht ja. Ich schieße mal auf dich, bis ich tot bin. Vielleicht hilft es ja, dass es schneller geht. So, ich bin tot. Müssen wir noch warten, bis Marvin stirbt und dann haben wir es geschafft. Hey, guck mal, ich komm nicht mehr hoch. Ja, ist egal. Ich bin eh gleich tot. Schieße bis. Ich kann mich auf Marvin schießen. Was kannst du eigentlich? Im Saverraum sein. Ja, du mich auch. Diesmal entschuldige ich das auch noch mit. Ich bin runtergefallen, ich konnte nichts dafür. Marvin hat das komische Tor da unten geöffnet und da bin ich durchgefallen. Ja, da stand dran, musst du halt das öffnen. Ja, das war ja vollkommen richtig. Also, extra vier. So ist es halt. Fuck you, bitches. So, jetzt hab ich mein Medikit verloren. Ja, wo? Ja, ich heil mich mal. Nein, oh, Entschuldigung. Ich wollte mich heilen. Schöne Maus. Hallo. Oh, Wasser. Oh, hier wird es nass. Yay. Ui. Ui. Oh, ich sehe nichts, Alter. Das ist schwieriger zum Manövrieren. Zum Manövrieren. Dein Körper zu Manövrieren. Hey. Ja, das hatten wir nicht durch. Char-Jar. Wo ist denn Char-Jar? Ja, bei Marvin. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Vorsicht. Ach, nein. Achtung. Letzten das Schleif. Ich habe gerade irgendeine komische kleine Mini-Ruckler. Bei mir lacht es flüssig. In sich lacht es mir auch flüssig. Wenn ich mich dann nach rechts oder links umgucke, dann auf einmal dauert es von ewig, bis es das macht. Ja. Komisch. Die Leiter da hoch. Hier, Tank. Da oben ist ein Tank, ne? Nur so. Ja, der bleibt ein bisschen weg von mir. Natürlich, weil der das immer macht. Ah, jetzt ist es unten. Tänk, 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 Tänk. Ist es down oder was? Nein. Also wackelt das Bild nur bei mir gerade so? Ne, wackelt bei mir auch, weil du auf der Leiter stehst. Tank, Tänk. Guck mal, ich werf mal den Mully ins Wasser. Ob es funktioniert. Warum? Es ist doch keiner. Ja, ich wollte nur wissen, ob es funktioniert. Achso, ob das physikalisch möglich ist, meinst du? Einem Spiegel in dem du Weitschüsse mit der Stattgunnen machen kannst. Nein! Ah nein, ich hänge an einer Zunge! An einer Zunge, danke! Äh, willst du dich mal heilen Marvin, denn da liegt noch ein Medikit rum. Oh ja. Jetzt geht's mir gut, blut, 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 blut. Hier dann! Ja, irgendwo kotzt was? Oh nein! Okay, Zombies laufen über mich drüber. Kein Problem. Ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschalten. Oh, Jocky, 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 Jocky tot. Hopp! 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 Hä? Passt du es zu springen in diesem Spiel. Hä? Okay. Hier, das Auto, dürfen wir dich anfassen? Achso, nach oben drüber. Hier oben drüber. Hier, die Kisten. Achso! Oh, ah. Wee! Hey! Oops! Der Runny-Bow! Hau! 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 Wollte den geraten Arm abschneiden. Nein! Mein Gott tut das weh! Nein! Die beiden auch noch, meinst du? Jocky! Ja! 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 Lasst euch Zeit! Hahaha! Äh! Jetzt Muni! Yay! Aua! Hier brennt's! Ich werde sicher besser gebrauchen als ich! Oh! Ich werde geheilt! Ja cool! Tiff! Achtung! Oh! 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 Opa! Ninja Schwert hier! Er nennt das nur Ninja Schwert! Hm! Hau! Achtung! 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 Ja, leck mich doch. Äh, ne komm. Oh, hier liegt mir jetzt hin. Oh ja, bellen. Give me the bells. Irgendwo ist ein Charger oder ein Tank. Charger. Charger down. Ja. What ne Frage, dude. Ja, Marvin, lauf genau in meine Schusslinie. Du stehst doch hinter mir. Ja, genau. Und du bist in meine Schusslinie gelaufen. Dann heißt es wieder, wo schießt der Alarm auf mich? Der Alarm wurde ausgelöst. Opa. Opa. Oh nein, gewichsle Säure. Nein. Ah, shit. Ich bin voll mit Boomer-Kotze. Und gleich tot. Ich hab mich mal kurz geheilt. Oh, Jockey, 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 Jockey. Ja, Entschuldigung. Alter. Versuch mich mal kurz zurückzuziehen und zu heilen. Dodger. Ich hab gedacht, ich schaffst da kurz tot. So wie Kevin immer. Au. Der ist jetzt echt keine Zeit, Mann. Los, hoch, steh auf. Ladena. Ich hab ein bisschen Zeit für Black Ninja. Ruhig, da geht's runter. Okay, irgendwie lauf ich von ganz alleine mit dem Wasser. Ja, sehr schön. Müssen wir da runter? Nö. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Okay, Els hilft dir. Marvin, du kommst klar? Ja, gegen die Strömung muss ich's cut. Oh, wieso müssen wir denn jetzt nachladen? Ich hasse es. Ich hasse, kotze. Tato, 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 tato. Oh, Mann. Weg mit der. Du hast ne Kotze bei dir? Musst nachladen. Ja, shit, mein Gewehr ist leer. Hunter. Fuck. Tato. Kann er nicht hochhalten? Ich mach mich älter schon. Oh, Mann. Warum liegen die denn jetzt alle auf dem Boden? Shit. Oh, da ist es. Wer hilft dir, wenn du jetzt gerade wehst? Ich helfe gerade da, niemand. Okay. Ich helfe. Hallo, was will ich? Hey. Boah. Alter, ich seh halt einfach nicht. Achso, Kevin ist tot. Okay. Oh, ich steh im Schleim. Oh, oh. Geh weg. Muss mir Sicherheit bringen. Alter, Verwalter. Jetzt bin ich auch nur mit Kotze voll. Und der Hunter ist auf mir. Und der Hunter ist wieder auf mir. Und der Hunter ist weg. Und ich sehe leider nichts. Oh, jetzt lege ich auf dem Boden. Jetzt ist es leise. Achso, weil alle tot sind außer mir. Okay, alles klar. Schön. Oh, rot. Oh. Ja, Mensch. Das war jetzt heftig. Da war doch ein bisschen was los. Ähm, ein bisschen. Was ist denn jetzt? Ja, Mann. Ich nehm die Shotgun. Ja, Mann. Ich nehm die Shotgun. Oh, bitch. Oh. Oh, Mann. Ach, geht nicht. Genau. Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Steh auf, dafür ist jetzt wirklich keine Zeit. Lade nach! So. Würde ich aber auch sagen. Okay, der Tank. Oh, von ganz oben. Gut, Junge. Gut. Da oben. Weg! Los! Feuer! Wer aufhalten, Feuer! Der fällt direkt auf mir zusammen. Marvin macht lieben im Tank. Ja. Oh. Nein! Jockey! Nein! Was ist denn jetzt? Genau in dem Moment, wo ich Marvin wiederblebe. Also wirklich. Ich kann mich doch nicht alleine lassen. Danke. Danke. Mh. Äh. Ögal. Alice war gerade bei dir, deswegen hab ich's nicht gemacht, aber wenn du halt auch einfach weiterläufst, unbedingt zu helfen. Moment, ich muss mich halten. Aber hier oben ist ein Medikit. Das Marvin jetzt eingesammelt hat. Ja. Okay! Ja, ich fürchte, ich brauch das noch. Achso, ja, Kevin wurde jetzt von jemand anderem geheilt, okay. Ne, von mir selber, ich hatte noch eins. Achso. Dann hab ich's natürlich nicht gesagt. Ja, ja. Wir runter. Ciao, ciao. Ach, genau. Ich wieder mit 80 Leben. Oh, 80 Leben. Haha. Ich lade nach. Lade nach. Ging's hier nicht hoch? Doch, doch. Die Treppe. Nicht auf das Auto. Ach, die Treppe. Alter. Ich könnte so was Fettes so schnell da hochklettern. Oh, Jockey, 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 Jockey. Jockey down. Oh, scheiße. Vorsicht! Sumpfies! Where is your line? Sumpfies. Ich kann's Auto rankommen, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sumpfies! Nein, die denn immer so. Oh, scheiße. Sumpfies! Oh, scheiße. Oh, scheiße! Oh, scheiße. Oh, scheiße! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Weil wir nicht zurück können. Hilfe, Hilfe! Dann wird er jämmerlich sterben. Ah, die war scheherles. Jämmerlich vor allem, ne? Er wird nicht nur sterben, er wird jämmerlich sterben. Move your head on. Boah, Alter. Du willst mich jetzt verarschen. Äh, Schatz? Worauf wartest du? Shit! Oh Mann, ist jetzt nicht warm. Können wir Kevin auch einen versterben lassen? Nee, je nachdem wo er liegt. Naja, da vorne bei... Oh, ich komm da glaub ich nicht mehr hoch, ne? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Musst du nur grad auslaufen. Wieso, bist du da runtergefallen? Ne, ich wollte Alice helfen. Ja, aber du liegst hinter dem Feuer, ich komm nicht zu dir. Jetzt bist du eh tot. Oh, sorry. Du, jetzt sowas wird's mir leid tun. Ach, herrje. Ähm, vielleicht wartest du, weil da hängt... Oh Gott. Nein! Genau das hab ich gemeint. Ich hab da gewartet und auf einmal kamen die. Ja, ich meinte den Hunter, der da... Ja, auf den hat ihn dreimal ausgewichen, aber... Beim vierten Mal hatte er dich. Ja. Ich hab doch hier Kotze oder so. Komm, wir werfen mal Kotze. Nein, doch nicht auf mir! Ach, scheiße. Okay, tschüss. Ich versuch auf 100 Meter wieder Pistone zu treffen, aber... Ich hab echt gar keine Möglichkeit, den irgendwie von dir runter... Ja, okay, tschüss. Ich brauch Hilfe! Irgendwie von dir runter zu kriegen. Oh, ich brauch Hilfe! Oh, halt mal! Oh, und nochmal! Ja, natürlich! Mal lassen wir bitte den NPC einfach sterben. Nachdem die Mehrheit das entschieden hatte. Ja, nicht... Was hat's gebracht aus deinem Tod? Gar nicht. Und unseren Tod. Hab ich jetzt was geschafft? Äh, nicht. Ja. Ja. Lachs ins Feuer. Offensichtlich nicht. Ich hab noch einmal springen müssen. Äh, ha? Lauf einfach mal ein bisschen vor. Ups. Äh, ups! Ich hab Kevin eingeschossen. Ach so, ja. Das nennt sich Kaba. Kevin, hier ist ein Jockey. Hey, wer schießt denn da? Ich? Den Jockey versucht zu holen. Den Hunter holen. Nein, wer hinter mir schießt, hab mich grad irritiert, weil ich dachte, alle drei sind vorne, aber der NPC war noch bei mir. Ja. Ach, Mann. Ja, okay. Ich hab zweimal ausgewichen, aber hab dann irgendwie nicht mehr getroffen. Tanky Tank. Wurde wie andere sagen, äh, love time. Ach so, oh. Hahahaha. Hold up. Ich hab's hier nicht dran. Oh, Mann, diese... Wenn der runterkommt, geh ich hoch. Tank down. Ja. Jetzt hör. Munition. Neeei. Denозможно zu gehen. Den gut stochen. Den Blender. Die Kofferl 1. Ok, jetzt green gut steak, ja. Ski, vier nicht mit ihm. Lol. Ski, vier nicht mit ihm. Waffen hier drüben! What? Yeah! Zack! Schleim! Rettender Schleim! Bitte! So, jetzt habe ich da in das Arschloch erweitert. Hast du sehr schön gemacht. Ja. Find ich auch. Hui! 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 Ich versuche nachher durchzurennen mit der Dings, mit meiner Kettensäge. Ausgesetzt ich verlier nicht so viel Leben natürlich. Gatteln! Schleim! Munition hier! Schleim! 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 Ist da noch was, Marvin? Na, Muni halt. Achso, sehr gut. Irgendwo ist ein Hunter? Ja, doch den hab ich schon abgeschrieben. Nein, das von mir! Nein, hast du nicht. Ich hab ihn aber getroffen. Kannst dich nur um Stunden handeln, Schatz. Wir tun unser Bestmögliche. Wo bist denn du hingerannt? Ja, nach vorne, wohin so. Aber ich hab dir auch noch nen Medikit, wenn du möchtest. In eins. Achso, na dann nimm deins. Danke! So, jetzt mal gucken, wie wir besser durchkommen. Nein! Das ist doch alles nicht wahr hier. Warte mal! Muss mich heilen! Die kann man heute nicht alleine lassen! Oh ja! Wo ich dir glaub bis hier vorne... Oh ne! Entschuldigung. Ich schieß was fehlt um mich. Ich schieß was fehlt um mich. Wer hinter dir? Auf die Fässer. Ach genau! Ach genau! Lass mal versuchen wieder in diesen Bach herein zu kommen würde ich sagen. Aha! So dann auch versuchen. Oh, ich hab halt kaum noch Leben. Hat noch einen Medikit. Ich hab noch eins, ja. Weil das brüch dich. Ich komm gerade hier nicht weg, aber dann sehr sehr gerne. Wo bist du denn? Hinter, hier hinten. Ja gerne. Okay, ich versuch mal durchzukommen. Uh. Umm grandmother. Run, run! Nein! Haha! So viel dazu. Panzer kommt gleich mit daher. Aanser bis her! Musst du jetzt hier hinkotzen, ernsthaft? Bis Stück. Es ist so dunkel hier, so dunkel, ist das nicht zufällig irgendjemand irgendwas zu werfen, oder? So. Ah ok. Ich hab's mal ins Wasser geworfen. Alles da drin du. Langsam auch keine Munnen mehr. So, ich hab nur noch meine Kanone. Da ist wieder ein Jockey drin. Woher hab ich jetzt Booma kotzt auf einmal? Da war doch gar keiner. Doch da war einer. Unten. Okay, wir müssen da einfach durch, weil die kommen in Intervallen. Ja. Ja. Auch immer. Ja. Ja. Wir müssen einfach durch. Ja. Ja, hier ist der Schutzraum. Lustig. Oh verdammt. Im Schutzraum ist auch noch was los. Nein. Hört auf auf mich zu schießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Moment, muss heilen. Oh ja. Ich hab auch mir jetzt ein bisschen zu klicken. Ja! Wup wup! Wup wup wup! Dann freu ich mich eben alleine. Na, ich dachte nicht, dass da schon der Schutzraum kommt. Was noch? Los Alice, das schaffst du. Morgen leider nicht arbeiten, komm. Reden scheiden entzündet. Alle beschlossen. Gut, weiter geht's. Er hat das Licht? Oh Gott, geh mal wieder in den Bunker. Nein, Jocky. Nein, Jocky. Das Hochhaus hier. Oh, jetzt Muni. Oh, das hab ich gebraucht. Ich bin jetzt Muni. Oh, naiv. Ich hab eigentlich gar nicht viel gebraucht, weil ich bin direkt hier hochgelaufen. Sorry. Wir haben jetzt noch, äh, keine Stunde. No. Nein! Ach so, das war es nicht. Perfekt. Oh, ist ja gut. Gut! Wie geht's jetzt? Wird er denn jetzt die Hand auf? Hä!? Wie geht er denn jetzt die Hand auf? Nein! Das hat sie gesagt! Hi it's Muni! Ich lade nach! Munition! Wenn's nicht bald besser wird, bin ich weg! Hier sind Granaten! Spengladung! Ok! Ja! Ja! Verdammter Granatwerfer! Ich will ja nicht schwarz malen! Vorsicht! Vorsicht! Verdammt! Das Feuer greift um sich! Woop! 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 Woop!